Na, wenn es nicht passt, dann passt es halt einfach nicht. Das ist manchmal an den Märkten genauso. Irgendwie will es noch nicht so richtig losgehen. Irgendwie kann man es nicht zusammenbringen. Und dann fragt man sich, was soll man da tun? An den Steckern, da gibt es einen kleinen Adapter. Damit kann man viele Sachen lösen. Gibt es das für die Börse auch? Auch da gibt es Möglichkeiten, ein bisschen Anpassungen vorzunehmen. Und auf einmal stellt man fest, es passt doch. Also wir wollen mal schauen, ob das an der Börse tatsächlich genauso ist. Wie das mit der aktuellen Situation vereinbar ist und was wir aus der aktuellen Lage rauslesen können. Deshalb, wie immer mittwochsabends, so auch diesmal um 18.30 Uhr in der BMP Paribas Born Akademie, wollen wir uns das Ganze angucken. Natürlich am Live-Chart. Wir wollen mal sehen, was die wichtigsten Märkte so können und wie wir idealerweise damit umgehen. Deshalb unbedingt mit dabei sein. www.bornakademie.de Ich freue mich auf euch. Wenn es immer so einfach wäre, auch an der Börse. вигat lord sind es ja auch nicht. Ich freue mich auf euch. Um das Investor um ein bisschen mehr zu können. Aber ich freue mich auf euch.